Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforst, The Order of Dawn. Ich werde jetzt mal mit Loderick, Lorderick Svartla reden, weil der hat eine interessante Quest für mich. Ah, ihr müsst der Runendiener sein, von dem Skavik berichtet hat. Ei, seid gegrüßt. Willkommen. Ich bin Lorderick Svartla. Ich braue das hiesige Bier und andere Dinge. Falls es euch also dürstet, bei mir seid ihr richtig. Okay. Ihr braut noch mehr als Bier? Nun, ich habe mich mit Kräuterzusätzen versucht und dabei die Kräfte gewisser Pflanzen entdeckt. Ein Zwerg, der Kräuter sammelt und Tränke braut? Das klingt ungewöhnlich. Ich weiß, ich weiß. Doch es hat sich als durchaus nützlich erwiesen. Und die Leute wissen es zu schätzen. Hm, ist doch eine gute Tätigkeit. Hm, fertigt ihr auch düstere Gebräue? Vom Heiltrank zum Gift fehlt nicht viel, falls ihr das meint. Äh, was habt ihr vor? Nun, ich dachte da an einen gewissen Riesen. Ein Gift könnte ihn lähmen. Dann wäre es ein leichtes, ihn zu bezwingen. Herr Gerr, ein solches Monstrum zu vergiften ist nicht eben einfach. Nicht ohne ihm gleich fässerweise Gift einzuflößen. Aber ich wüsste da vielleicht ein Mittel, das wirken könnte. Zumindest würde es ihn eine Zeit lang schwächen. Man nennt es den grünen Schlaf. Interessant. Fertigt mit den grünen Schlaf. Dazu benötige ich einige Zutaten. So etwas hat ein Zwerg nicht mal eben auf Lager. Ich brauche Beißfarn und Weberkraut. Die sollten nicht allzu schwer zu finden sein. Dazu noch Silberwind und Schwarzhalm. Die wachsen nur weit oben, in den Ostbergen. Die wichtigste Ingredienz aber ist ein Gift, das von den Spinnen in der Kaltmarkt gewonnen wird. Man nennt es das Gift der Dunkelläufer. Bringt mir diese Zutaten und ihr sollt euer Gift bekommen. Spinnen. Moment, ich möchte mal was gucken. Sieht man von da aus die... Nee, man sieht sie nicht, aber sie sind auf jeden Fall da. Die Dunkelelfen. Moment. Ich hab gerade... Ich hab gerade Probleme mit meiner Maus und meiner Tastatur. So. Jetzt werden wir noch mit dem Tarnens Geld reden. Und dann werden wir die mal kurz nach Grauford absischen und die goldene Statue hinterholen. Geht, Mensch. Euresgleichen ist hier nicht erwünscht. Ich komme auf Empfehlung von Meister Skarvik. Ich benötige eure Hilfe. Skarvik? Gut, ich werde euch anhören. Aber haltet euch kurz. Dringende Geschäfte führen mich nach Osten. Der Osten ist ein Grab. Das Grab meines Sohnes. Dieser Weg wird euch verschlossen bleiben. Was ist geschehen? Es war die Feigheit eines Menschen. Lordling Joshua. Er ließ meinen Sohn Herger im Stich. Das Band zwischen Menschen und Zwergen ist zertrennt. Die Menschen von Brunnenfels haben auf dieses Bündnis vertraut. Wenn ich nicht nach Osten gelange, dann steht euch offener Krieg bevor. Wie viele Tote braucht es, bis euer Zorn vergeht? Lordling Joshua muss sich seinem Schicksal stellen. Und entweder er stirbt wie sein Bruder im Blute oder er recht dessen Tod. Nur eine solche Tat kann den Bund wiederherstellen. Habt ihr mich verstanden? Okay, okay. Dann werde ich Joshua dazu bringen, seinem Feind in der Kaltmark noch einmal gegenüber zu treten. Unter diesen Bedingungen werde ich das Osttor für euch öffnen lassen. Der Lordling hat sich irgendwo südlich der Stadt verkrochen. Findet ihn. Sorgt dafür, dass der Drachling, der meinen Sohn getötet hat, sein Ende findet. Der Helm Herger soll mir als Beweis dafür dienen, dass es vollbracht ist. Okay. Was ist mit eurem Sohn geschehen? Helga brach zusammen mit seiner Garde auf, um die Pfade nach Osten zu erkunden. Wir planten ein Heer durch die Kaltmark zu entsenden, um den Menschen im Grauschattental zur Hilfe zu eilen. Sein Bruder im Blute sollte ihm zur Seite stehen. Doch Lordling Joshua ist kein Krieger. Er ist ein Feigling. Sie durchquerten die Kaltmark, bis sie weit im Osten hoch in den Felsen auf ein Drachenwesen stießen. Ein Drachling, der dort seinen Hort errichtet hatte. Es kam zum Kampf. Der Lordling, dieser Wurm namens Joshua, nahm seine Beine in die Hand und lief, lief davon und ließ seine Gefährten und seinen Blutsbruder im Stich. Wimmernd wie ein Weib stolperte er vor unsere Tore. Keiner der anderen kehrte mehr zurück. Fluch über den Lordling und seine Brut. Kein Bund verbindet mich mehr mit solchem Gewürm. Da ist aber einer wütend. Da ist einer wütend, aber er hat doch allen Grund dazu. So, wie gesagt, ich gehe jetzt mal schnell nach Graufur zurück. Und euch muss ich leider verlassen, mein Lieben. Ach, gleich werden vier Leichen von Menschen hier sein. Also, ich habe euch gewarnt. So, erstmal Haus des Ordens, damit ich die Quest wenigstens abschließen kann. Und danach erkunden wir weiter erstmal ein bisschen den Süden des Landes. Und dann gehen wir ab nach Ostern. Und ich muss schon wieder so gehen, denn es tut mir leid. So, da ist der. Jetzt kann es dauern. Beheil dich, Saphira. Ich bin müde. Kastagir? Moment. Genau, ich muss ja auch noch den... Je größer sie sind, das ist Hörger. Und Erdenklinge, äh, ja. Das ist eine riesige Quest. Und Schattenwelt, genau. Ich muss den Schattenring nach Graufur bringen. Das kann ich auch gleich machen. Habe ich noch irgendeine Quest hier? Bringt die Seide zu Tanara, genau. Muss ich auch machen. Das muss ich machen, aus der Tiefe. Das mache ich... Oh, ich könnte es schon machen. Aber ich glaube, das mache ich nach dem Schwertfels, oder? Echos. Dunkelseide. Ah, Felsspann. Ich habe doch noch Dunkelseide. Segensteine. Das mache ich aber auch noch nicht. Sag mal, habe ich... Ja. Vielleicht diese Flasche Zwergenweinbrand? Zwergenweinbrand? Zeig dir bei... Tatsächlich. Gebt ihn mir. Gebt ihn mir. Ich schenke euch auch... ...diese bronzene Statue. Wollte ich eigentlich verkaufen, aber kein Händler gab mir Geld dafür. Dann habe ich auch noch ein paar Augengläser irgendwo mitgehen. Geh... Geh... Oh nein. Die sind mir ja auf Lionon... ...weg... ...gekommen. Hier... Nehmt die Statuelette. Gut. Ich habe die Statuelette. Dann gehen wir schnell zu... ...Gazdagir mit G. Ach, und da mache ich die Echos noch. Das ist ja auch kein Problem. Mann, ich habe so viele Questen, die ich noch gar nicht erfüllt habe. Wollte ich das nicht vor dem Grauschattenteil machen? Und nach dem Schwertfels? Egal. Jetzt habe ich wenigstens die Quest schon mal fast abgeschlossen. Saphira, beeil dich. Du hast doch deine schnelle Hose an. Schnelle Hose, wie sich das anhört. Seid gegrüßt. Hi, Castage. Ist es vielleicht dieser Ring, den ihr meint? Unfassbar. Der Schattenring. Er sieht tatsächlich so aus, wie mein Meister ihn beschrieben hat. Aber es ist nur ein gewöhnlicher Ring aus Silber. Von ihm geht keine Kraft aus. Ihr habt recht. Ihm scheint keine Macht inne zu wohnen. Und doch sieht er aus wie der Schattenring. Ich muss Rigor befragen. Rigor? Einer der wenigen, die es außer mir wagten, die Schatten zu studieren. Er war auf der Jagd nach einem abtrünnigen Nekromanten. Dann verschwand er. Irgendwo in den Düsterlanden. Die Düsterlande. Dorthin wird mich mein Weg wohl ohnehin führen. Ich nehme den Ring mit. Wenn ich Rigor finde, werde ich ihn dazu befragen. Tut das. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich spüre, wie meine Zeit verrinnt. Überlass das mir, Castage hier. Ha, das hat sich gereimt. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg bis hierhin zu dieser dummen Tanara laufen. Es dauert auch noch mal ewig. Okay. Bringt ihr Entsteintungsrigor in Falonsheim? Da kommen wir erst noch ganz später hin. Also, mal ein bisschen Hintergrund wissen. Wir sind gerade bei den südlichen Windwallbergen. Danach kommt das Grauschattental, dann die klagenden Steine und dann Visper. Also, in Visper werden wir einem Menschen begegnen, dem ich eigentlich nicht so gerne begegnen will. Äh, es ist kein Mensch mehr. Mehr, sag ich so. Wir werden einem Geist begegnen, ja. So habe ich es gesagt, aber ich sage noch nicht welchen. Äh, dann kommt der Gottwall, was auch noch mal eine komische Karte ist, aber für mich war sie sehr leicht. Und dann kommt Mulandir. Und Mulandir ist eine schlimme Karte. Und dann kann man sich entscheiden. Entweder man nimmt zuerst Falonsheim oder den Spalt. Und ich gehe zuerst nach Falonsheim. Ist ja klar. So, hallo Tanara. Ah, ihr schon wieder. Hallo. Ich habe die Felsspinnenseide. Na endlich. Dann kann ich mich ja an die Arbeit machen. So, hier ist eure Robe. Bringt sie zurück zu Gabba, diesem hoffnungslosen Taugenichts. Ich sehe gerade nichts, weil mein Kater auf dem Schreibtisch steht. Und jetzt aber weg geht. Gut, danke Max. Das ist sehr freundlich von dir. Los, hüpf. Hüpf auf den Fenstersims. Yay. Ja, da ist einer seiner Lieblingsplätze. Und jetzt gehen wir noch schnell zu Gabba. Das machen wir noch in diesem Video. Ach, danach mache ich mir der Hauptquist weiter. Das mit den Echos mache ich später. Oder sollte ich zuerst... Ja. Ja. Ich gehe danach zuerst nach Lianon. Weil ich endlich die Aus-der-Tiefe-Quest abschließen will. Und erst mal die... Habt ihr die Robe flicken lassen? Ja, du Blödmann. Ich habe die Robe flicken lassen. Vielen Dank. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch tun sollte. Aber jetzt will ich euch nicht länger behelligen. Ihr habt mir wahrhaftig genug geholfen. Viel Glück auf euren Reisen. Danke, Gabba. Endlich, Gabba. Lianon. Heldenmonument. Und jetzt erst mal... Das Monument aktivieren. Yay. Und ich warte dann, bis meine ganzen Helden beisammen sind. Und dann werde ich mich auf die Suche nach dem letzten Geist begeben. Naja, wir wissen ja schon, wer es ist. Also bis dann. Ciao.